Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi-Podcast. Guten Morgen, lieber Christian. Hallihallo, Peterle. Und, kannst du gerade auslaufen? Viel geschleppt, ja, ja, das stimmt. Ja, war viel los, ne? Ja, 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 die letzten Tage immer bevor der Counter und dann sich gegen Null wendet, das ist immer viel, ja. Ich nehme mir dann eigentlich immer vor, nochmal die, endlich die Weihnachtsgeschenke so endgültig abzuschließen und dann. Hast du sie denn alle? Ja, nee. Und dann, also, mehr oder weniger habe ich alle, aber es fehlen auch so Feinheiten, weißt du? So Kleinigkeiten, so um das rund zu machen. Ja, ja. Und dann nimmt man sich ja doch manchmal, wenn man morgens so auf die Arbeit fährt, irgendwie das vor und dann kommt der Tag dazwischen. Und dann endest du irgendwie um halb sieben, sieben ohne Mittagspause, irgendwie auf der Rückfahrt und denkst, hättest du gemacht? Hättest du gemacht, aber ich habe tatsächlich schon seit Jahren das so ein bisschen nach hinten verlagert, also ich, oder nach vorne, je nachdem, wie die Blickrichtung ist. Also ich fange Weihnachtsgeschenke teilweise schon an im Februar oder März zu kaufen, dann lager ich die ein und dann, manchmal hat man so eine geile Idee, denke ich, okay, jetzt muss es umsetzen, sonst habe ich es vergessen. Aber ich habe mit dem Wulf noch gesprochen, der sagte, nee, ich mache das alles am 24. Superschön. Ich bin ganz gespannt, ein Weihnachtsgeschenk, was ich mir quasi selbst gewünscht habe. Da freue ich mich wie ein kleines Kind drauf. Aber da weißt du ja schon noch Bescheid, ne? Ja, das macht aber nichts. Dafür ist man ja alt genug, also das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber das ist ein C64 Maxi. Das ist quasi eine 1 zu 1 Replika von einem alten C64. Und ich weiß damals, ein Kumpel von mir hatte den VC20, das war der Vorgänger, ebenfalls von Commodore. Und dann, ganz stolz, hatte ich den C64. Und was haben wir da alles Mögliche gezockt? Und ich habe dann gedacht, kaufst du dir jetzt noch so einen alten Brotkasten? Weil ich wollte so eine Retro-Ecke unten im Keller aufmachen, habe da so ein Räumchen. Brotkasten hat man dazu gesagt? Genau, weil das Ding aussah wie ein alter Brotkasten. Der war auch so leicht, leicht gelblich. Und dann haben wir gesagt, lohnt es sich? Also eigentlich wollte er ja nicht irgendwie Basic programmieren oder sowas, sondern letztlich einfach nur die alten Spiele zocken. Mehr wollte ich ja nicht. Und dann habe ich überlegt, ne komm, dann kaufst du dir. Es gab den Mini, das ist so ein ungefähr Smartphone-große Replika, kann quasi dasselbe. Aber ist halt nicht so cool. Und der Maxi, der hat halt wirklich eine funktionierende Tastatur und halt HDMI-Ausgang, USB-Eingänge, aber auch alle anderen für die alten Joysticks. Auch die wurden nochmal der Competition Pro nachgebaut und sowas. Und davon habe ich jetzt zwei und ich freue mich so, diese ganzen geilen alten Sachen von Gianna Sisters und Bruce Lee und ach was, was wir da alles mit sieben, acht Jahren da gezockt haben. Wie war die Gnade der frühen Geburt? Ja, ja, das hast du ja nie erlebt. Du bist ja quasi direkt mit dem Super Nintendo groß geworden. Genau. Und die nächste Evolutionsstufe ist, da soll das wohl im Quartal vier des nächsten Jahres kommen, die gleiche Replika vom Amiga 500. Da bin ich auch raus. Der aber dann 500, 600, 1200, 1400, also die größeren Teile dann auch noch beinhaltet. Okay. Und den gibt es schon als Mini, also quasi wie das Born-Dorf von C64. Und dann kommt dann ein großer Funktionierender wohl im nächsten Jahr raus. Und ich habe noch einen alten Amiga 500 Plus. Den werde ich auch noch recappen, also die ganzen Elkos einmal austauschen lassen. Und da ist so eine Pufferbatterie, die ist leider ausgelaufen. Und da müssen ein paar Leiterbahnen nachgezogen werden, also ein bisschen Arbeit. Aber ich glaube, das mache ich trotzdem noch. Und dann habe ich eh keine Zeit zum Spielen. Ich denke, bitte war es nicht. Ja, aber der Weg ist das Ziel. Und dann hat man ja tatsächlich einfach mal so ein paar ruhige Nachmittage und wo man vielleicht auch dann gerade vorm Essen noch mal Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Da freue ich mich schon drauf. Herrlich. Also machen wir, nächstes Jahr machen wir, also ihr merkt es schon alle, wir machen nächstes Jahr einen Gamer-Podcast auf. Einen Gamer. Für Spiele, die ich nicht kenne. Aber für 40 Plus, ja. Genau, für 40 Plus. Also es wird kein Fortnite besprochen, ja. Genau. Ich werde keinen Zugang haben. Aber wo wir bei kleinen Spielereien sind, ich gucke nämlich gerade hier so in die Ecke und wir haben gerade wieder bekommen eine LSX 2, ne? LSX, genau. Die kleine. Ja. Und die, weil die hier so schön auf dem, unser Jannik hatte hier immer den MacBook aufgebaut, müsst ihr euch vorstellen. Und dann, ja, um das Ganze zu rekorden halt eben, mit einem vernünftigen Interface dran. Und das sind im Prinzip so kleine Dinger, die man, ja, weniger jetzt auf einem Schreibtisch eben so als unter anderem auch Studiomonitor im Prinzip nutzen könnte. Und dann ist uns gerade eingefallen, ne? Müsste man nochmal drüber quatschen, weil wir haben da eine ganze Fülle an kleinen Lösungen mittlerweile, die, also am Markt, die unheimlich vielfältig sind von den Funktionen. Also quasi so eine Desktop-Lösung, ne? Genau. Also du stellst das als, in Anführungszeichen, Computermonitor hin, aber halt deutlich besser klingen. Und du kannst sie natürlich auch solitär als Stereo-Lösung nutzen. Fangen wir unten an mit der Elac Connex. Ja. Connex. Connex, genau. Rettet Anschlüsse. Ja, richtig, genau. Du erinnerst dich an das Intro. Mit 5,29 das Pärchen. Ja. Wirklich vollkommen in Ordnung. Und die kann eigentlich schon fast alles, ne? Also außer Streaming, ja. Aber Bluetooth hat sie, ne? Bluetooth hat sie, genau. HDMI, ARC. Die hat... Phono-Eingang hat die drin. Mono-Umschaltbar, Audio, Digitaleingänge, also eigentlich was du alles brauchst. Ja. Dann haben wir die Clipsch, The Fives oben drüber. The Fives, genau. Ist eigentlich von den Anschlüssen sehr identisch, auch kein Streaming-Geld. Völlig identisch, genau. Sieht total cool aus in so einem Echtholz-Furnier. Ja, nur Spon. Genau, klassische Clipsch-Horn quasi oben drin. Und dann, ja, die LSX2 im Prinzip, also die Clipsch liegt so bei 8,99 rum. So was. Die LSX2 von KEF ist dann die erste, die auch streamen kann. Die hat dann eine eigene App. Genau. Also die ist genauso wie die großen Brüder oder Schwestern, die LS50 Wireless 2 oder LS60 mit dem großen Streaming-Board ausgestattet. Kann also von Airplay über Google Cast bis Tidal Connect und die Streaming-Dienste über eine eigene App, Internetradio etc. alles realisieren. Und Rune. Und Rune, ja, genau. Was halt mega cool ist dann. Also genau, da haben wir Rune drin. Ja. Und da drüber kommt... Ich finde die halt optisch auch so schön, weil die... LSX2? Ja, genau, genau. Weil die einfach so schöne Farbkombis machen. Die machen halt nicht immer nur langweilig, schwarz und, weiß ich nicht, hell oder so. Sondern jetzt ist hier so ein Navy-Blau-Gold. Sieht richtig schick aus. Ja. Ne, sehr cool. Gut zur Farbe. Also in die Innenrichtung passt das cool. Hier mit dem Holz sieht es gut aus. Wobei dann, wie immer, am Ende wird dann schwarz gekauft, aber man hat dann trotzdem... Ja, das ist leider so. Dann haben wir drüben, nämlich auch gerade stehen, so kamen wir ja drauf, also LSX2 hier gerade und im Klienteladen... 3 ist aktuell bis zum Jahresende 11,99 statt 14,99. Okay. Ich meine, klar, da wird es schon teurer, aber natürlich muss man auch sagen, das ist ja das alte Lied, die haben HDMI auch drin, wir können eigentlich auch als Soundbar-Lösung das Ganze nutzen. Was hier halt cool ist bei der LSX2, die hat dieses Uniq-Chassis von Cave und die könnte man natürlich dementsprechend auch hinlegen. Also man könnte die auch in den Möbel legen, als Soundbar-Ersatz, hat trotzdem einen vernünftigen Stereo-Klang. Und um drüber dann, die steht jetzt im Fernsehladen gerade, Pieger Ace 30 Wireless, die liegt so bei 2000 das Paar etwa, bei 2099 oder was. Und die hat dann sogar eine Einmessung mit an Bord. Und die ist ja, finde ich, so das Schickeste von allen, weil die ist halt so zurückhaltend optisch. Alu-Strangus, kannst du nichts verkehrt machen. Einfach schick. Silber, schwarz eloxiert, weiß gelackt, fertig. Ja. Bei denen kannst du aber auch unterschiedliche Varianten nehmen, also die, die du jetzt preislich genannt hast, das ist ja schon die Streaming-fähige, auch inklusive Runen etc. Genau. Du kannst aber auch, wenn du jetzt irgendeine Vorstufe hast oder eine Lautstärke geregelten Streamer oder sowas, dann kannst du ja nur die zwei Aktiven nehmen, ohne die RX-Variante. Ja. Ne, ohne die TX-Variante. Ja, also zwei RX-Variante. Ja, genau. Und dann kommst du ja deutlich günstiger, ne? Ich meine, dann bist du so bei 1500. Ich hab den Preis gerade nicht im Kopf, aber ja, kann sein. Genau, dann verlierst du halt die eigene App-Steuerung, glaube ich. Genau. Und bist im Prinzip rein aktiv. Ja. Eine Spielwiese. Also wenn ihr einen Schreibtisch habt, der noch keine Musik hat, Leute. Haut uns an. Wir haben da Problemlöser. In allen Preislagen. Ein Berg. Boah. Problem ist auch so ein Stichwort. Du hast gestern Kanton gegen Sennheiser verglichen. Soundbar habe ich gehört. Soundbar. Ja, ja, genau. Weil die Kanton dann doch irgendwie vorordentlich klangstark genug war. War die kleine Kanton, oder? War die Smart 10 Soundbar, genau. Die in Anführungszeichen kleine Soundbar. Vorsichtig ausgedrückt, mir war das vorher schon klar. Aber es war ein Preisthema und deswegen sollte es die sein. Und dann war es aber dann doch nicht die, weil es klanglich nicht ausreichte. Jetzt beim Film oder bei Musik? Bei beidem? Bei Film. Okay. Ja, und dann habe ich gesagt, dann müssen wir uns doch die Ambeo Max anhören, weil viele Alternativen im Soundbar-Bereich hat man ja nicht. Also Aufstellmöglichkeit gab es tatsächlich nur Soundbar. Wir konnten keine Lautsprecher hinstellen. Okay. Und dann habe ich die gestern nochmal eingerichtet, Software-Update gemacht und das macht richtig. Also für eine Soundbar ist das schon brutal, was da rauskommt. Also wenn ihr noch nie eine Ambeo Max gehört habt, das ist der Entgegner in Soundbar, würde ich sagen. Das Ding ist super. Ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde immer noch die DVL supergeil. Also ich finde sie optisch umwelten schöner. Ja, und ich finde der Bass geht mehr ab bei der DVL. Okay, ich glaube schon, dass du über die Einmessung, dass die Ambeo mehr Effekte hinkriegt. Also das glaube ich schon, dass sie breiter wird und so. Genau. Atmos-Effekte ist der Hammer. Also hier in unserem kleinen Studi, wir haben das hier vor dem Laserbeamer aufgebaut, wo wir auch das 5.1 Setup haben von Monitor Audio. Und du hast echt gedacht, hinter dir ist was. Also die Effekte sind brutal gut. So klein ist es ja gar nicht eigentlich. Es ist ja nur ein bisschen Vorhang abgetrennt, aber der Raum selber ist ja schon sehr groß. Sonst macht man keinen Spaß. Ja, die DVL ist halt, also ich finde es unwahrscheinlich, was die aus diesem schlanken Ding rauskriegen an Bassdruck. Also das ist schon richtig, richtig geil. Und dann sieht die, wie du sagst, halt unwahrscheinlich schön aus. Die kann halt nur nicht so gut erweitert werden. Also die Ambeo kann ja mit einem Subwoofer zum Beispiel erweitert werden. Das kann die DVL jetzt nicht. Das kann die nicht. Wobei du das bei der eigentlich nicht brauchst, bei der Ambeo. Ja, aber du könntest es. Ist denn jetzt hier bei der Sennheiser, kommt dann Subwoofer dran? Oder jetzt die, die du auslieferst? Nee, die bleibt einfach so. Okay. Ja. Ich hatte gestern einen sehr, sehr anstrengenden Tag eigentlich. Wir haben gestern Morgen zwei Bagen-Urlofs und Fernseher aufgerüstet mit Apple TVs. Ja. Und nachmittags nochmal auch zwei Apple TVs installiert, witzigerweise. Also gestern vier Apple TVs. Apple TVs, für alle, die es nicht kennen, sind so kleine schwarze Kästchen von Apple, die im Prinzip dafür da sind, die Smart-Funktion jeglicher App an einen Fernseher zu bringen, der besteht. Und gestern Morgen zum Beispiel eben zwei Bagen-Urlofs und Fernseher, die jetzt nicht ganz jung waren, ich weiß nicht, um die zehn Jahre wären die ja, vielleicht zwölf Jahre alt, müssten BV10 gewesen sein, also BV10, für alle, die mit B&O ein bisschen vertraut sind. Und die haben halt keine großartigen Smart-Funktionen. Und da haben wir dann Apple TV drangehangen. Und ich finde es, ich wollte das nur mal so sagen, es ist so unheimlich schwierig geworden, vorher zu sagen, wie lange du für so eine Auslieferung brauchst. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe gestern Morgen gedacht, okay. Du wurdest länger, ne? Wurde länger. Also gut, wir haben noch ein LG, so ein Gallery-TV im Gästezimmer aufgehangen. Aber einfach nur flach, massive Wand, gar kein Problem. Schnell gemacht, alles gut. So und dann kommt es zum Einrichten. Und ich finde, das ist so Kaugummi geworden. Also mittlerweile. Dann, Kunde hat Magenta TV. Und dann ist es ja wie immer, Zugangsdaten von Magenta TV, ja, keine Ahnung. Und dann gab es eine E-Mail-Adresse, die schon mal angemeldet wurde bei Mein Telekom quasi. Also auf der Telekom-Homepage. Die E-Mail-Adresse war aber keine bekannt. Also dann siehst du ja immer nur so die Anfangsbestaben, viele Sterne. Ja, ja, ja. Und dann .de oder so. Okay, dann haben wir das rausgekriegt, irgendwie mit Zugangsnummern und so. Von der Telekom. Aber dann ist ja so eine Stunde nix. Das ist ja direkt weg. Dann, okay, ich würde gerne Netflix nutzen. Habe noch kein Netflix. Okay. Dann das einrichten. Dann geht wieder die Secure-Kreditkarten-Authentifizierung nicht und so. Also ich will das nur mal sagen, dass es so, also ich meine, das ist jetzt nichts Schlimmes oder so, sondern einfach, dass wir da gerne helfen bei. Weil natürlich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass da vermehrt Menschen mit überfordert sind da draußen, diese Sachen einfach einzurichten. Ich meine, klar, man kann immer irgendwie seinen Neffen fragen, der hat dann alles schon mal irgendwie gemacht oder so. Aber im Kern ist es doch blöd, dass man heute, nimm mal Fußball. Ich habe noch zum Wolf gesagt, beim Rückfahren vom letzten Termin, da haben wir auch eben zwei Abiturv-Haus installiert. Und nehmen wir mal an, die Person hätte gerne Fußball. War in dem Fall nicht so, hat gerne Sky geguckt, aber jetzt kein Fußball. Sagen wir mal, eine Person guckt gerne Fußball. Wie soll denn ein normaler Mensch dann den DAZN-Zugang einrichten, den Amazon Prime-Zugang einrichten, Sky einrichten und dann noch die Bedienung eben beherrschen, immer auf die jeweiligen Plätze zu kommen? Warum, es ist ja nicht, du drückst für Sky auf die 1 und du drückst für DAZN auf die 15 oder so und hast dann jeweils zehn Sender, sondern es ist ja wirklich ein bisschen mehr und das macht es schon sehr unübersichtlich. Das macht es extrem unübersichtlich. Und wenn du dann kein, wie das so schön heißt, Digital Native bist, dann streichst du die Segeln und sagst irgendwann... Guck ich keinen Fußball mehr. Genau, Feierabend, ich mache es nicht mehr. Und das ist halt, ich meine im Prinzip ja auch jetzt mal als DFL sozusagen, also die können jetzt nichts dafür, ist jetzt zu groß gedacht, aber auf jeden Fall ist es doch irgendwie auch schwierig als Anbieter dann den Leuten, im Prinzip vor allen Dingen da natürlich auch, wo es Geld ist, folgterweise im Alter, hättest du ja kein Problem damit, von mir das zu abonnieren, während du das als Studie nicht machst, aber diese Menge an Leuten quasi irgendwie auszugrenzen, indem die dann einfach frustriert irgendwann wahrscheinlich aufgeben, weil es ihnen keiner zeigt. Also auch da die herzliche Einladung, wenn jemand draußen ist, Leute, wir helfen natürlich nicht nur beim Hi-Fi, sondern wir haben hier eine große TV-Sparte und wir nehmen uns gerne die Zeit und installieren euch den Quatsch und setzen uns gemeinsam hin aufs Sofa und zeigen euch, wie das funktioniert. Weil das ist einfach, ja, die Einrichtung ist eigentlich das, woran es hapert. Bei den anderen auch da gestern. Mein Sky, also wir wollten einen Sky-Receiver ersetzen, beziehungsweise sogar zwei Sky-Receiver ersetzen und jeweils nur noch mit dem Apple TV gucken, weil die TV-Anschlüsse nicht an der Stelle waren, wo wir Fernsehen gucken wollten. Und das Apple TV braucht halt nur WLAN und dann, ja, dann gehst du erstmal, brauchst die Vertragsarten von Sky, da musst du dich bei mein Sky anmelden, musst die Pins erstellen, dann, klar, Jugendschutz-Pin ist abgelaufen, der war ja temporär. Sky ist aber auch wirklich, also kundenfreundlich mit Nullpunkten zu bewerten. Also ich habe in meinem Leben noch nie einen schlechteren Service und eine schlechtere Herangehensweise erlebt als bei Sky. Der ist einfach nervig. Also alleine, wenn du diesen Receiver zugeschickt bekommst und musst den einrichten, dann bist du ja mal eine Stunde unterwegs. Wie kann ich ein Software-Update ausschließlich über Kabel oder Satellitenfrequenzen machen, wenn das Ding einen LAN-Anschluss hat und ich kann damit streamen? Ich finde immer noch witzig, du setzt das Ding zurück, also gestern auch eine Satellitenanlage, also ich fand auch da wieder, eine Satellitenanlage mit SCR, also so eine Uni-Cable-Satellitenanlage. Das heißt also, Menschen kaufen eine teure Einflusswohnung, ziehen da ein, da gibt es halt als Bestand diese jetzt, also Uni-Cable-Satellitenanlage. Das bedeutet, die können nicht einfach... Die ist halt eine Ein-Kabel-Lösung, ja. Genau, eine Ein-Kabel-Lösung. Bedeutet jetzt mal technisch gesehen, dass also quasi man den Weg gegangen ist, dass man von der Schüssel aus, von der einen Sattdose zur nächsten weiterläuft. Also eine Baumstruktur im Prinzip, keine Sternverteilung. Und das Problem ist, dass natürlich viele dann einfach nur auf Suchlauf starten und kriegen dann keine Sender oder nur wenige. Und das dann auch, also dann die richtigen Teilnehmernummern rauszukriegen, die einzupflegen, dann musst du bei dem Sky-Receiver, wenn du was an der Satellitenanlage ändern möchtest, quasi zurücksetzen. Du musst das Ding komplett zurücksetzen, ja. Was eine nervige Gurke. Dann schreibt der heute noch hin, wie damals, als der Sky-Receiver rausgekommen ist, am Anfang drücken sie die Häuschentaste, wenn das Bild schwarz wird. Dann denkst du so, was für ein Quatsch ist das denn? Also Wahnsinn. Dann wartest du, bis das Bild irgendwann schwarz wird, drückst die Taste, dann passiert erstmal lange nichts. Wenn du jetzt nervös bist als Endkunde, dann ziehst du den Stänger, dann fängst du wieder von neu an. Oder genau, drückst mehrmals. Unglaublich. Gut, genug gejammert, aber auf jeden Fall. Also ich will nur sagen, wir helfen da gerne, weil ich kann mir echt vorstellen, dass da viele draußen sind, die haben da ein richtiges Problem mit. Ja, ja. Genauso wie ich mich jetzt ganz banal, auch ohne das jetzt lustig zu meinen, auch wenn es lustig klingt, ich frage mich auch immer noch, wie viele da draußen gerade jetzt diese Sendung hier bei YouTube gucken und nicht wissen, dass es das auch als Podcast gibt. Also wir nehmen das hier ja als Podcast auf, das heißt, liebe Leute draußen, ihr könnt diese Sendung natürlich auch einfach auf dem iPhone, mit der auf jedem iPhone verfügbaren. Oder auf welchem Player auch immer oder Endgerät, gibt es ja für alle Betriebssysteme. Genau, aber auf jedem iPhone zum Beispiel ist eben diese Podcast-App ja drauf und da kann man draufgehen und einfach auch Liebe zur Musik eingeben, dann findet ihr uns und ihr könnt uns halt einfach auch im Auto hören oder im Zug oder im Bett, keine Ahnung. Und man muss halt nicht vor dem Fernseher sitzen und das Ding bei YouTube öffnen oder mit der YouTube-App öffnen, weil das ist ja auch so ein Thema, was irgendwie mal gesagt werden darf. Genau. Ja. Peter. Ja, ansonsten? Vier Tage vor Weihnachten. Genug los. Was machst du halt noch? Ähm, ich bin gleich mit einem Meisterstück bei einer älteren Dame. Ja, Sonoro. Wollte ihr das mal, genau, Sonoro, Meisterstück, wollte ihr das mal näher bringen, weil da eine alte Overtüre, eine alte B&O-Anlage da steht, die ist aber hinüber. Und wirklich einen Ersatz für die Overtüre gibt es so gar nicht, dann habe ich ihr das gezeigt, hätte ihr gut gefallen. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, ob das da optisch hinpasst, wo das stehen soll und dann, denke ich, wird das auch direkt stehen bleiben. Ich freue mich noch auf Donnerstag, da ist wieder große Saarland-Tour. Ja. Da fahre ich nach Boos, meine ich, zum sehr lieben Kunden von uns und da kommt ein DB570 hin von Akku-Ferries, ein CD-Spieler. Ja, und da probieren wir eventuell noch aus, wenn es von der Zeit her passt, eine Melko-Streaming-Bridge entziehen. Da freue ich mich drauf, das wird sehr lustig. Ich gehe mal davon aus, dass die in dem gleichen Goldton gehalten ist wie die DB570. Genau, das ist der letzte Anniversary im CD, den wir haben. Und danach fahre ich dann weiter, Rande Saarland nach Käshofen, zu einem anderen seltenen Kunden. Der hat auch schon mir zugerufen, ich soll doch mal über einen Streamer nachdenken. Ja. Also vielleicht, ähm... Da musst du zwei mitnehmen. Ja, ich weiß wirklich noch nicht, ob ich zwei mitnehme, ganz banal. Aber ich habe ja nur noch einen von dem Melkos jetzt, von genau dem. Ja, da bin ich noch unschuldig. Ich habe schon gedacht, ob ich noch einen Aurenda N200 mitnehme. Weil ich finde einfach beide sehr gut. Übrigens, Aurenda hat jetzt auch dem ersten Endkunden mal geantwortet, schriftlich per E-Mail, dass Rune angeblich im März implementiert werden würde. Also Aurenda ist, ja, also seit Jahren liest man ja bei Aurenda, alle lieben Leute da draußen, die ihr Aurenda habt, Aurenda, da liest man immer wieder, dass Rune kommen soll. Und das ist wohl auch so offiziell so angekündigt worden. War eigentlich für dieses Jahr schon wieder angekündigt. Nichts heißt es März, aber die sind da dran. Ja, und dann, damit wird, glaube ich, damit, also nochmal eine größere Gruppe erschlossen an Interessenten. Ja, wir haben ja schon viel Aurenda draußen. Ja, deswegen. Und das Ganze jetzt mit Rune nochmal zu toppen. Auch mal akustische Einmessungen etc. Glaube nur auf die aktuelle Basis der Geräte. Also nicht N100, soweit ich weiß, sondern N150, N200 und so. Aber da sind ja trotzdem einige draußen schon. Genau. Ja, Warten hat übrigens zumindest in anderen Teilbereichen ein Ende gefunden. Die große oder das große Heos-Update ist gekommen. Ach, hast du gesagt. Ja, da hatten wir ja im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Und es kam tatsächlich, also mit einem Tag Verspätung, aber es ist gekommen. Guck mal. Und ich muss sagen, wir hatten dann, jetzt muss ich gerade überlegen, am Donnerstag letzter Woche hatten wir eine größere Auslieferung, Akona 80, Model 40, Stereo 70 von Marans. Es waren also zwei unterschiedliche Anlagen, die aufgebaut wurden. Also Gouda Akustik, Akona 80, Stereo-Lautsprecher. Genau, mit Elektronik von Marans. Und da haben wir dann direkt, also morgens um, keine Ahnung, 8.30, 9 Uhr kam das Update. Und beim Kunden waren wir um halb elf. Da konnten wir direkt mit dem neuen Update dann beginnen. Cool. Alle Komponenten auf den neuesten Stand bringen. Und das Warten hat sich wirklich gelohnt. Also man erkennt natürlich noch so die Heos-DNA. Es ist jetzt nicht völlig anders, aber es ist komplett aufgeräumter, viel strukturierter. Du musst nicht mehr 25 Kacheln zurückblättern, um an irgendeine Funktion zu kommen, wenn du in der Suche bist. Du hast viel mehr Streaming-Dienste drin. Ja? Ja, viel mehr. Ist Kumbus dabei? Ja, Kumbus ist mit dabei. Näh. Du hast Tidal-Connect mit dabei, du hast Deezer-Connect, ich glaube sogar Amazon-Connect, also wirklich umfangreichte Connect-Dienste jetzt integriert. Ich erkläre nochmal gerade, wofür Connect steht. Connect ist, wenn du die Streaming-App des jeweiligen Herstellers auf deinem Endgerät installierst und über diese Streaming-App direkt eine Verbindung zu dem jeweiligen Audio-Endpunkt aufbaust und darüber dann die Musik quasi ansteuerst. Finde ich gar nicht schlecht, weil du dir natürlich einmal die Entwicklung deiner eigenen App sparst und tendenziell ist so eine App von dem Streaming-Dienst in der Regel eher besser aufgebaut als die App eines Anbieters. Ja, zumindest ist es für die vielen Leute auch gewohnt, da nur eine App zu nutzen, unterwegs. Genau, genau. Aber wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Jetzt hat man tatsächlich die Auswahl. Wir haben eine Such-Funktion, die ähnlich wie bei Sonos über alles geht. Das heißt Streaming-Dienste, eigene Inhalte, aber auch Internet-Radio-Stationen verschlagwortet. Also wirklich gut. Die Gruppierungen funktionieren jetzt tadellos und wirklich unheimlich schnell. Also das ist wirklich ein Potpourri an neuen Möglichkeiten, auch mit einem komplett neuen Layout. Also es sieht zumindest nicht mehr so altbacken aus wie früher. Wirklich gut. Also da kann man echt gut mit arbeiten. Ich muss doch das noch angucken. Cool. Ja. Musik? Musik. Hau raus. Ich habe die Tage nochmal durch meine Studio-Playlist so ein bisschen geblättert und einen alten Song gefunden, der mir immer sehr gut gefallen hat und den ich lange nicht gehört habe. Von dem Album Joint at the Hip von Bob Janes und Kirk Badum. Und zwar Kicking Back. Ja. Und genau. Einfach Tenorsaxophon, wahnsinnig trockener, guter Bass. Macht richtig, richtig Laune. Schön. Poppig. Ich habe tatsächlich beim Autofahren einen Song gehört, denke ich, ach guck mal hier, den musst du dir mal taggen. Und zwar Callum Scott, eigentlich ein relativ junger Künstler mit seinem Album Only Human und der hat einen großen Klassiker, den man mit Sicherheit auch auf vielen Hochzeiten und so weiter immer mal wieder hört, gesungen und ich dachte jetzt kurz vor Weihnachten. Darfst du romantisch werden? Genau, kannst jetzt nicht mit Hardrock kommen oder sowas. You Are The Reason von Callum Scott. Schöner Song, schöne Interesse. Genau, schön interpretiert und kann man richtig gut machen. Cool. Ja. Dann Leute, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Wir hören uns zwischen den Jahren nochmal, kriegen wir es hin? Ich denke, wir kriegen das irgendwie hin. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ansonsten guten Rutsch, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Und lasst euch schön beschenken. Genau. Macht's gut. Aufンダ networking im Haus. Ja. chao. Da. 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 Amen.